Immer mittwochs steht er mit seinem Imbiss auf dem Markt von Grünheide. Hühner Alfons aus Fangschleuse hat zu jedem Thema etwas zu sagen. Heute zum Männertag. So, morgen ist ja unser Tag und wir wollen ja ein bisschen fahren morgen. Wir treffen uns morgen in Hangelsberg mit den Fahrrädern und nach Kleinwall. Von Kleinwall werden wir etwas verweilen, etwas trinken und essen. Und dann werden wir noch zur Jägermühle fahren und über Fangschleuse beim Bahnhof. So, und werden nach der Jägermühle fahren und werden dort auch noch was trinken heute. Also morgen dann. So, und dann geht's dann wieder nach Hause, nach Hangelsberg. Ich trink nicht viel, ich muss ja wieder nach Hause, ich muss ja wieder meine Haxe machen. Und da kann ich ja nicht so viel trinken. Weil ich muss ja wieder vorbereiten für nächste Woche wieder. Ja, dann schönen Herrentag wünsche ich für euch dann. Alles Gute. Ja. Ja.